Hallo, ich bin Selina Seemann und ich bin Poetry-Slammerin und ich habe euch einen Text mitgebracht. Und der geht so. In der moderne Tiet, in der wir leben, da gibt das überall alternative Fakten. All die Leute vertellen einfach sehr eigen Versionen von der Wahrheit. Der AfD mockt das, Donald Trump mockt das und nun habe ich mir gedacht, das kann ich auch. Und wo doch Weihnachten für die Dörsteid, habe ich, als ich so die Weihnachtsgeschichte lese, mir dachte, dass das ja auch ein bisschen anders hätte laufen können. Und habe mich gefragt, wo hat das Udsehen, wenn Jesus nicht in Bethlehem ope Welt kommen wäre, sondern in Schleswig-Holstein. Und das geht so. Das wäre der Tiet, als Daniel Günther König von Schleswig-Holstein wäre und hese ein Volk taxieren wollt. Das wäre Norde-Zensus, Tweedusen und Ölm, das erste Mal, da das sowas gibt. Und jede Eingung nur da Dörb, wo nehm hierher kämen. Mit Mangen, Josef, der und Kiel kämen. Und hier hauks ihn froh, daubi, Maria. Maria scheint den Kind kriegen, sie hätte Reichsleiber per Pärtmock, da der Asöben alti Todproblem ist und de Born in Schleswig-Holstein sieht Monden nicht ehmol recht, die dich Wesen ist. Selina, das kannst du so nicht sagen. Du bist bei Nase hart zu gestern. Und de Born in Schleswig-Holstein altid recht, die dich Wesen ist. Und nu, wenn sie grad ankommen, biet Rathus in Kiel, da warte Ehelüt in Söhnborn. Maria und Josef hätt dat alles allein mockt, wie dat ja nicht noch Hef am Gift in Norden. Einen Krankenhus, nor dat andere hätt sie in Babystation dicht mockt, wie dat kein Moneten gif in Gürte holen. Aber Maria ist in politische Fru, der hätt richtig Literatur da bi und sie hätt mal ein Video ob YouTube sehen und dat Klor kriegen. Dat Gür hätt sie in Maxi-Cosi legt, sie hätt ja mag dat ze schwanger wär und für weg plant. Josef hätt auch helpen, hier ist ein moderner Kerl und plant na der Geburt in Ölern-Titugon. Wat sechst Josef? Schult wie ihm Jesus nennen? Fragt Maria. Jesus Christiansen? Jo, allerbest, sechst Josef. To glick, ob e Koppel nevenan. Einen Jerb wieder hätt dat ihn für verbal geven. De Drehburen, Klaas, Broder und Malte, hätt sich ob in Wegner Hus verbiestet und lopen in Düstern über der Koppel. Do, ik seh in Funzel, röppt Klaas. Do häst in Bedenfell Köhm hat, min Jung, antwortet Broder. He hätt aber recht, röppt Malte. De hätt wiss in Klönkasten und peist allen na dat Licht hen. Moin, moin, röppt Malte. Wie sehn und Krons Horgen, wie hätt uns verloben. Und hätt wie de Funzel över de Dörr sehn und nu brukt wie mal ein Handy dat wie ein Taxi ropen könnt. Sehn sie mal, ist dat ein Baby? Jo, dat is uns söhn, Jesus, secht Maria allen Benen bresig. Nee, wat söht. Wie hätt uns verloben und in Kinski g'funden, freut sich Klaas. Nu hätt wie gar kein Gar für de Bengel, bedurt Broder de Loch. Wie hätt doch bien für verbal, wie de Tombola mitspielt, secht Malte, allhebbelig. Und so käme dat, dat de dre deus Buddels ut Kronshagen den Lütte Jesus viele Gaven an sin Maxi-Cosi brochen. Twee Puntkrabben. Ehen Wittkohl ut Dittmarschen. Und ein Buddelköem ut Bad Oldesloh. Maria is in Beten möht. Dat is ja ook ein lange Dachwesen mit Reis an der Geburt. Und sie hätt sich dat unna eindak komodig inricht. Doch Josef wär noch in de Luen für in Vier. De fernie Frünn wollt noch ein bisschen suchen. Und hebt sich de Buddelköem von Jesus norm. Dat war hier ne Spitzkriegen. Hier is ja noch bannig Lüt, glööft Broder. Und Malte secht, morgen is de Raywalk. Werder open, da gupp wie in nühe Buddel. Josef, Klaas, Malte und Broder. Setzig für Drahthaus doll. Und prosten sich toe. Kiek mal, der Abendstern. Nee, wat schön. Klaas is Führ und Flamm. Dat is in Windmüll, secht Broder. Und fragt, Josef, nu sech mal. Wie is dat, Vater Tosin? Dat is in Gefühl. Dat kann's gar nicht beschrieben. Aufschons dat nicht mein liefliche Söhn is. Maria hätt in Kurtechtelmechtel mit in Kerl hat. Aber sie secht dat do kein Gefühl im Spiel wär. Se nix vor im Filt. Und he sich auch nicht, wer da meldt hat. Dat wär allbefür, wie uns drauben hebt. Und ik heb noch secht. Dat hinder die Utsücht. Secht Klaas. De fern Kerls hann de ganze Nacht schnackt. Und sig so gut verstorren. As dat ze dreht dach bieinander wesen sind. Maria und de lüde Jesus jümmers mit dem Mann. Auf und ho hätt er mal ehn Schwattbunte oder ehn Schaub von de Koppelröver kegen. Und so kümmt dat ook. Dat wie nu dreht dach Weihnachten fieren. Und in de Krypte hus jümmers de hebig Familie, ne Kou, ehn Schaub und de dreht anderen Kerls hinstellen. Dat he in Schleswig-Holz steht, aber weltkomm is, hätt Jesus bar nicht prägt. Dat gifte ein paar Geschichten wie hey, als ein junger Kerl enige Mal wurde in oldes Loa Korn verwandelt het. Ehn munkelt, dat bro des Verdehns biedet Tombola wat da mit de Doen hecht. Berichten, dat Jesus über water lopen kann, sind wiss nicht wo. Hier wär bloß in wat wandern wesen. Vielen Dank. MUZIEK 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 MUZIEK